Hallo, ich bin Konrad Trennert und ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie man bei komplexen Formeln Vereinfachungen durchführen kann, indem man das als Funktion im Visual Basic programmiert. Sie sehen ja hier, wie monströs das aussieht. Da sind vier verschiedene Funktionen in dieser Formel enthalten. Dazu mehrere Grundrechenarten, mal, geteilt. Und Plus haben wir hier auch, also Addition. Das Ganze ist also nicht so einfach zu verstehen. Und das soll mit Hilfe einer eigenen Funktion dann doch so vereinfacht werden, dass wir nur die beiden Zellen angeben müssen, die als Argumente eingehen. Und das, was hier in dieser länglichen Formel steht, das ist alles intern abgedeckt. Wir sehen hinterher nur noch das Ergebnis. Ich will aber hier natürlich nicht vorher das ganze Makroprogrammieren erklären oder das Funktionsprogrammieren. Das ist von Microsoft schon gemacht worden. Auch die Vorgeschichte zu dieser Formel, die will ich mir ersparen. Die können Sie sich komplett anhören, indem Sie sich einfach hier diesen Link hier anschauen. Das ist ein YouTube-Video und da erkläre ich dann, wie das hier oben zustande gekommen ist. Das dauert allerdings dann so circa zwölf Minuten. Und wie man Makros aufzeichnet, das ist bei Microsoft in der Hilfe gut beschrieben. Dann kann man sich diesen Link hier anschauen. Sehen Sie also als erstes dann diese Stelle. Und da steht Erstellen und Löschen eines Makros. Und viele andere Unterpunkte, da sind zum Teil Videos bei oder gut beschriebene Seiten mit vielen Bildern, die das dann doch transparent machen. Allerdings, wer nur ein paar Minuten Zeit hat und hat vorher noch nie was von Programmierung gehört, der kann sich das schenken. Der kann sich auch dieses ganze Video hier schenken. Was noch empfehlenswert ist, wenn auch noch zu einer älteren Excel-Version gehörig, ist das Video von Bernd Held. Da erklärt er also die Umgebung, die man nutzt, wenn man in Excel mit Visual Basic programmiert. Das ist also sehr gut und übersichtlich dargestellt. Schauen wir uns nochmal die Formel an. Wo wird da der Name, den ich jetzt vergeben werde, eingehen? C4, das ist diese blaue Zelle, blau eingerahmt. Die soll heißen, Uhrzeit des Kommens. Daneben, das brauche ich dann für eine andere Formel, das wird dann heißen, Uhrzeit des Gehens. Und diese hier, die soll heißen, Zeittakt in Minuten. Fangen wir gleich, weil wir schon hier oben stehen, damit an. Ich habe die Zelle ausgewählt, gehe hier, wo noch G1 steht, hin und schreibe Zeittakt in Minuten. Und dann drücke ich die Enter-Taste und schon ist dieser Bereichsnamen für diese eine Zelle vergeben. Hier gehe ich hin, auf die Zelle C4 und schreibe hin, Uhrzeit des Kommens. Betätige auch die Eingabetaste. Gehe dann auf die Zelle D4, die wird dann später bei der anderen Formel gebraucht. Uhrzeit des Gehens. Und da betätige ich auch die Eingabetaste. Wenn ich jetzt hier irgendwo stehe und gehe auf diese Stelle, dann sehen wir, da tauchen also diese drei Bereichsnamen auf. Und die muss ich jetzt in der Formel oder in den Formeln hier unterbringen. Hier stehen die ja noch nicht drin. Hier stehen noch die Zelladressen als G1 oder C4 oder D4 oder was auch immer denn da an diesen Zellen eingeht. Für die Formel mit der einfacheren Gehzeit, da will ich jetzt die Ersetzung der Zelladressen durch die eben vergebenen Bereichsnamen als erstes vornehmen. Die Zelle D4, das soll die Uhrzeit des Gehens sein. Ich lösche D4 raus, schreibe da erstmal ein U hin. Sie sehen, hier wird in der Liste schon vorgeschlagen, die Uhrzeit des Gehens. Und die andere Zellangabe, D4, muss ich hier auch noch ersetzen. Ich habe ja wieder ein U eingegeben und klicke dann auf Uhrzeit des Gehens. Die grünen Argumente, die muss ich auch noch austauschen. Das ist ja hier der Zeittakt in Minuten. Die lösche ich also raus, schreibe über die Tastatur ein Z und wähle dann mit einem doppelten Klick auf Zeittakt in Minuten den entsprechenden Bereichsnamen aus. Und das ist hier natürlich auch nochmal der Fall. So, jetzt sehen Sie, dass also die Zelladressen durch Bereichsnamen ersetzt wurden. Das wäre für das Ergebnis unerheblich, aber für die Interpretation der Aufzeichnung, die ich dann in Bälde vornehmen will, ist das sehr wichtig. Das mache ich jetzt auch noch hier für die Kommtzeit. Da sehen Sie, da habe ich also hier jetzt an vier Stellen etwas blaues, also wo C4 ersetzt werden soll durch die Uhrzeit des Kommens. So, und das muss bei dem Zeittakt in Minuten auch noch gemacht werden. Zeittakt in Minuten. Das ist richtig viel Arbeit. So, das war das denn. Also viermal Zeittakt in Minuten steht jetzt hier. Und mehrfach auch Uhrzeit des Kommens. Sie sehen, die Farbe Blau und Grün, die blieb erhalten. Die vorbereitenden Maßnahmen sind jetzt abgeschlossen. Es gibt Bereichsnamen. Und jetzt kann ich diese mit der Funktion, die ich ja auch schon fertig habe, verwenden. Und zeige Ihnen also jetzt den Trick, wie ich zu meiner Funktion komme, die ich selbst definiert habe. Damit das etwas verständlicher wird, nehme ich jetzt nicht die Kommtzeit, sondern die Gehtzeit. Da brauche ich keine Fallunterscheidung. Aber im Prinzip ist dort das Gleiche zu sehen, nur eben in einer einfacheren Form. Und jetzt will ich das aufzeichnen, was ich dann verwenden könnte. Das geschieht über das Register Entwicklertools. Und da haben wir hier vorne die Befehlsgruppe Code. Und da steht auch Makro aufzeichnen. Weil ich bisher noch nichts in dieser Mappe aufgezeichnet habe, wird das Makro 1 vorgeschlagen. Ich bestätige einfach diesen Vorschlag. Ab jetzt wird aufgezeichnet. Und das Einzige, was ich aufzeichne, ist das Bearbeiten dieser Formel. Ich habe einmal reingeklickt, drücke dann die Enter-Taste, dann ist die Formel schon aufgezeichnet. Und ich kann die Aufzeichnung mit dieser Schaltfläche hier beenden. Jetzt will ich mir die Formel anschauen. Ich gehe dazu zu Visual Basic. Das heißt, ich rufe den Editor auf. Und hier in dem Explorer, so heißt das wohl, da sehe ich hier bei Module das Modul 1. Das ist das, was eben aufgezeichnet wurde. Und dort sehe ich hier die Formel. Nur sie ist eben nicht mehr in Deutsch mit Stunde und Ganzzahl. Es ist also jetzt die entsprechende englische Funktion verwendet. Und das brauche ich auch, wenn ich das jetzt als Funktion programmiere. Um das zu tun, gehe ich zum Register Einfügen und wähle dort Prozedur. Und da gibt es auch den Typ Function oder Funktion. Function wähle ich. Und das soll dann heißen, geht Zeit. So heißt die Funktion. Geht Zeit. Dann klicke ich hier auf OK. Und wir sehen, Anfang und Ende stehen schon da. Und jetzt brauche ich nur noch die Funktion. Und die kann ich also von hier übernehmen. Alles, was hier nach dem Gleichheitszeichen ist, das kopiere ich. Und gehe dann hier an die Stelle. Rücke das ein bisschen ein und schreibe da hin, geht Zeit. Und dann füge ich das einfach ein, was ich eben kopiert habe. Gehe eine Zeile tiefer. Es ist schon fast fertig. Was noch fehlt, das sind die übergebenen Werte. Damit ich hier die Parameter nicht falsch schreibe, da kopiere ich mir einfach die beiden Angaben von hier. Kopiere mir die. Und füge die hier ein. Und korrigiere das so ein bisschen. Hier müssen einfach nur Aufzählungen stehen. Das heißt, zwischen den beiden Parameterwerten steht ein Komma. Wird also die Uhrzeit des Gehenswert übergeben und Zeitakt in Minuten. Damit ist die Funktion fertig. Das heißt, hier ist ja beschrieben, wie sie heißt, die Funktion und welche Parameter übergeben werden. Darunter kommt die eigentliche Formel und das hier ist einfach nur das Ende der Funktion. Das, was ich hier oben als Makro aufgezeichnet habe, das war ja nur eine Hilfe, damit ich also hier diese Zeile übernehmen kann. Ich kann das jetzt einfach löschen. Das habe ich auch gerade getan. Jetzt bleibt noch der Test durchzuführen. Ich kann also jetzt den Editor schließen, hier an der Stelle, rechts oben. Und setze jetzt ein. Und zwar finde ich jetzt die selbst definierte Funktion unter Benutzer definiert. Und da steht G-Zeit. Und das, was da übergeben wird, ist zum einen die Zeit des Gehens, die Uhrzeit des Gehens und zum anderen der Takt. Und weil ich hier immer noch mit den Preisnamen arbeite, steht jetzt hier auch nicht G1, sondern Zeitakt in Minuten. Das ist aber vom Ergebnis her das Gleiche. Ich gehe dann auf OK. Und da steht jetzt auch, wie zu erwarten war, 16.45 Uhr. Und das kann ich jetzt einfach mal, um es zu testen, nach unten kopieren. Und wir sehen, hier sind jetzt die Zeitakte auch richtig berechnet unter der Maßgabe, dass da oben 15 steht. Und wenn ich da eine 5 raus mache, dann sehen wir, werden die auch sofort neu berechnet. Und zwar so, dass auf 5 Minuten abgerundet wird. Jetzt wollen wir noch sehen, was das insgesamt für einen Vorteil bringt. Das kann man sehen, wenn man bei Formeln, wenn man bei Formel auf Formelanzeigen klickt. Wenn man das hier vergleicht, ich mache das mal ein bisschen breiter, dann sieht man schon hier, von der Länge her ist das ein großer Unterschied. Hier sieht man die Gehzeit als Formel. Und hier sieht man, wie das durch die Programmierung geworden ist. Die Funktion Gehzeit, da werden nur noch die beiden Zellen übergeben. Und das macht die Sache dann doch erheblich einfacher. Nachdem jetzt gezeigt ist, wie aus dieser Formel dann eine Funktion, die leichter zu handhaben ist, abgeleitet wurde, will ich es auch noch zeigen, wie es mit dieser Kommtzeit geht. Da spült ja noch die Wenn-Funktion eine Rolle. Das heißt, da wird dann auch gleich im Englischen die If-Anweisung auftauchen. Diese Herausforderung will ich nochmal versuchen. Um das aufzuzeichnen, gehe ich wieder zu den Entwickler-Tools und wähle dort Makro aufzeichnen. Hier wird Makro 1 vorgeschlagen. Ich hatte eben die Arbeitsmappe geschlossen und neu geöffnet. Deshalb wird also jetzt wieder mit der Zählung bei 1 angefangen. Kann ich auch so übernehmen. Das alte Makro 1 war ja auch gelöscht. Klicke dann auf OK. Und jetzt muss ich nur noch diese Formel editieren. Das heißt, ich klicke da rein. Im Moment wird die Aufzeichnung auch diese Formel enthalten. Und dann beende ich, nachdem ich die Enter-Taste gedrückt habe, die Makroaufzeichnung. Und kann mich dann gleich zur Bearbeitung begeben. Dieses, was ich hier gerade aufgezeichnet habe, das ist das Modul 2. Und da steht das Makro 1 drin. Und da gehe ich jetzt genauso vor wie eben. Ich wähle bei Einfügen hier die Prozedur. Und da nehme ich hier die Funktionsprozedur, Function. Und da schreibe ich dann als Name hin. Kommtzeit. Und klicke auf OK. So, jetzt soll das Ganze noch fertiggestellt werden. Ab dem IF bis hinten zur Klammer zu. Das ist das, was ich übernehmen will. Ich kopiere das. Und schreibe das hier, indem ich das ein bisschen einrücke, hinter die Kommtzeit. Also Kommtzeit ist ja das, was zurückgegeben werden soll. Und da schreibe ich Gleichheitszeichen. Und dann füge ich das ein. Und das bedarf aber jetzt noch der Nachbearbeitung. Wir sehen, dass diese Zeile hier rot geschrieben ist. Das liegt daran, dass diese Funktion IF, so wie sie hier steht, in Visual Basic nicht funktioniert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich daraus ein IF-THEN-ELSE. Oder ich mache daraus die implizite IF-Anweisung. Das heißt, ich schreibe einfach noch ein I davor. Und dann wird das so behandelt, als ob ich ein IF-THEN-ELSE verwendet hätte. Das will ich jetzt nicht weiter erklären. Sie haben ja gesehen, ich habe da nun ein I hingeschrieben. Das, was noch fehlt, damit ich das testen kann, was ich da zusammengebraut habe, ist zum einen die Uhrzeit des Kommens, die übergeben werden muss. Die muss ich hier reinschreiben. Ich kopiere das jetzt einzeln. Da muss ich jetzt noch den Zeittakt in Minuten als zweites Argument hineinkopieren. Und dann habe ich auch alle Argumente übergeben. Und ich kann das Ganze jetzt testen. Das heißt, ich könnte das jetzt auch schon löschen, aber man weiß ja nicht, ob es funktioniert. Dann kann man sich später noch mal anschauen. Und vor allen Dingen im Hinblick auf den Unterschied zwischen dem IF, so wie es hier steht, und dem impliziten IF, so wie wir es hier haben. Da ist es vielleicht später noch mal von Interesse. Ich schließe auf jeden Fall erst mal den Editor und teste das jetzt hier. Ich wähle die richtige Zelle aus. Unter COM stehe ich ja schon. und wähle hier bei den benutzerdefinierten Funktionen die COM-Zeit. Und da muss die Uhrzeit des Kommens angegeben werden, also die Zelle C5 in diesem Fall. Und der Zeittakt in Minuten, der muss auch angegeben werden. Und dann klicke ich auf OK. Und dann steht da 7.50 Uhr. Das ist im Augenblick ein 5-Minuten-Zeittakt. Und wenn ich da jetzt 15 hinschreibe, dann sehen wir, das wird also neu berechnet. Dann ist es jetzt 8 Uhr. Und dann wollen wir das auch mal nach unten kopieren. Und wir sehen, das funktioniert also jetzt auch auffällig. Und der Unterschied, den wir hier haben, der ist frappierend. Wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen größer mache, da sehen wir hier anderthalb Zeilen Formel. Und in der Zeile darunter, da ist nur noch das davon übrig geblieben, weil es jetzt diese Visual Basic Funktion COM-Zeit gibt. Und das ist natürlich von großem Interesse, wenn man das öfters braucht. Man kann dann auch auf meine ganzen Hilfskonstruktionen verzichten. Das Einzige, was sein muss, ist, dass diese Funktion entweder in der Arbeitsmappe selbst enthalten ist oder als Bibliothek im Hintergrund steht. Und dann kann man natürlich sehr einfach mit diesen Funktionen die COM-Zeit oder die G-Zeit berechnen. Und das ist das, was ich hier zeigen wollte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.